Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Frohes Neues, liebe Cinephil-Sykes und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Heckler und Koch der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Ich bin ein bisschen nervös, Peter. Es ist schon so lange her, dass wir Podcasts gemacht haben. Aber ich freue mich, Peterchen. Alles klar? Ja, aber ich bin auch etwas eingerostet. Auch ja schon quasi ein Jahr älter. Nee, du bist das Jahr älter, stimmt. Ich bin in den zwei Wochen ein Jahr älter geworden. Genau. Das ist krass, wie die Zeit so funktioniert. In zwei Wochen, das ist wie bei Interstellar quasi. Aber wir waren ja gar nicht wirklich weg. Quasi zwei Wochen, so gefühlt, so ein bisschen Podcast-Pause gemacht. Aber wir waren ja trotzdem die ganze Zeit da. Es gab ein Happy Festivus-Video. Es gab ein Heiligabend-Video. Es gab jetzt den Jahresrückblick und da haben wir ja auch ganz viele Filme genannt. Es gab die Flops des Jahres 2021, die Tops des Jahres 2021 und die Überraschungen-Enttäuschungen. Wer hätte gedacht, dass wir da bei den ganzen Filmen, die wir genannt haben, doch noch ein paar vielleicht vergessen haben. Und vielleicht, wir besprechen ja heute auch noch ein paar aktuelle Kinofilme, also die noch aktuell im Kino laufen. Vielleicht haben es ja doch da auch noch ein paar Filme in spezielle Listen geschafft, oder? Ja, das ist gut möglich, weil so Richtung Jahresende gibt es ja tatsächlich immer nochmal so den einen oder anderen großen Blockbuster. Wenn wir jetzt vor, weiß ich nicht, wann waren die, Herr der Ringe? 2010er? 2001, 2002 und 2003. Knapp daneben, ja. Ja, richtig, 2000er, genau. Wenn wir da schon den Jahresrückblick gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich bis Weihnachten warten müssen, weil sowas ja eigentlich schon dann in gewisser Form da reinrutschen könnte. Ja gut, Herr der Ringe, der hätte man aber auch, das ist ja eine sichere Wette, ne? Safe Bet, hätte man einfach sagen können, ja, der kommt halt auch mit rein. In die Enttäuschung. Ja, der Teil. Ja, komm, der Peter Jackson, der hat da ja schon ein paar jute Filme gemacht. Ja, im Vergleich zu den anderen ist das aber für mich schon enttäuschend. Nee, also, ja, okay. Ja, Braindead, Bad Taste. Meet the Feebles, okay, dann gibt es aber noch gut Frighteners, ist auch okay. Nee, den fand ich auch gut. Ja, aber dann gibt es auch noch ein paar Filme, die vielleicht nicht so toll sind. Wie in meinem Himmel ist auch noch cool. King Kong, Heavenly Creatures. Ja. Egal, wir sprechen ja nicht über Peter Jackson. Richtig. Der soll mal wieder was Gutes machen. Ja, der hat auch hier die Restaurationsfreigabe quasi gegeben. Ja, ich warte. Ja, das ist auf jeden Fall mal was Gutes für uns. Welche Filme haben wir denn vergessen? Ja, also, ich hatte tatsächlich mehrere vergessen, aber hinten raus schon wieder immer diese doppeldeutigen Sprüche. Du bist sehr anal fixiert anscheinend. Nee, bin ich eigentlich ja nicht nur sprachlich. Kommt das manchmal so rüber, aber. Ja, scheiß drauf. Genau. Ich hätte auf jeden Fall bei den schlechten Filmen, womit wir eigentlich immer starten, Worst of, hätte ich auf jeden Fall eigentlich gerne in den Venom 2 noch, Let There Be Carnage genannt. Habe ich immer noch nicht gesehen, aber ja, kann ich mir vorstellen. Ich bereue es nicht, dass ich ihn in Eternals reingepackt habe, aber Venom, Let There Be Carnage, finde ich, ist eigentlich noch viel schlimmer. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass Eternals ein bisschen mehr noch Budget hatte und dass Venom noch mehr im Computer entstanden ist. Aber es ist halt schon schade, das ganze Potenzial da zu sehen. Das war einfach nur eine dämliche CGI-Schlacht ohne Sinn und Verstand. Das war nicht der Witz, den wir erwartet haben von einer coolen Figur wie Carnage. Du hast Witz von Carnage erwartet? Von Carnage erwarte ich eher Carnage. Ja, ja, gut. Aber in dem Duell der beiden habe ich halt mir ein bisschen Witz erhofft, weil im Prinzip wir hier nur das vom Ersten kriegen und das nervt halt die ganze Zeit nur. Ja, ich hätte da gerne adäquate Comic-Umsetzung und zwar eine düstere, brutale. Ja, ist ja hier PG-13 beziehungsweise FSG-12 in Deutschland. Da würde ich aber auch noch eine Comic-Verfilmung in die Worst of, in die Flops 2021 reinpacken. Ich habe sie zwar aufgeschrieben, ich habe sie irgendwie vergessen. WW 84, Wonder Woman 84. Und das bezieht sich nicht auf den Brustumfang. Das ist Sexismus-Alarm. Das neue Jahr fängt schon richtig gut an. Ja, nee, hat man gemerkt, dass Regie und Drehbuchschreiben zwei verschiedene Sachen sind und nicht alle das gleich gut beherrschen. Und da Patty Jenkins dann irgendwie da freie Bahn mit Marzipan versprochen bekommen hat und die Gal Gadot dann auch da mitmischen durfte, da hat man halt gemerkt, also so Geschichten schreiben und umsetzen ist jetzt nicht so eure Stärke. Also, naja, ziemlich blöder Film. Aber ich habe auch lange im Podcast drüber gesprochen. Ich hätte noch einen, den wir beide gesehen haben. Ich könnte mich da kaum entscheiden zwischen Worst oder eher zu Enttäuschungen. Ich würde sagen Enttäuschung. You must be out of your goddamn mind! Ja, okay. Coming to America. Ja, Prinz aus Zamunda 2. Ich würde eher in Enttäuschungen reinbringen, obwohl ich nicht so viel erwartet habe. Habe ich aber nicht sowas Beschissenes erwartet. Also, da ist ja nichts gut dran. Weder die Grundidee noch irgendetwas. Der ist halt überhaupt nicht lustig. Ach, einfach ein ganz schlimmer Cash Grab. Und der lebt ja nicht mal von der Nostalgie. Also, dass die irgendwas von dem Alten da aufleben lassen. Nicht mal das kann überzeugen. Vielleicht, Wesley Snipes ist noch cool, glaube ich, in dieser Nebenrolle, ne? Ja. Und das war es dann auch schon. Der Rest ist einfach Fremdscham, der Film. Nee, der erste ist halt ein ganz großartiger Film. Und der Coming to America, weil Coming to America, das hat enttäuscht. Auch wenn wir ja schon davon ausgegangen sind, na, so doll wird es jetzt nicht. Aber dass er so mies wird, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, oder? Nee, definitiv nicht. Ich finde, das einzig Positive, was man dem Film und vielem, was Eddie Murphy so in den letzten Jahren, Dekaden halt, von dem, was er geschaffen hat, ist halt seine Visage und sein Lachen. Aber das hilft halt auch einem ganzen Film, der katastrophal ist, nicht. Nee, dann lieber nochmal Beverly Hills Cop 1 und 2 angucken. Oder, was weiß ich, 48 Hours oder Another 48 Hours oder sowas. Ja, die 80er-Geschichten halt, ne? Hat man mehr von in die Top-Liste. Was? Okay, ich dachte, das wäre gerade ein Röpster gewesen. Fandst du das jetzt so lustig? Ja, weil du nahtlos einfach weitergesprochen hast, deshalb. Ja, kurze Pause, weiter geht's. Ja, ich trinke hier gerade alkoholfreies Bier. Bütburger 0,0. Das ist ja isotonisch, das muss man immer dazu sagen jetzt. Alkoholfreies Bier ist isotonisch. Und die Leute denken dann immer, geil, ist isotonisch. Dann trinken die so 10 Liter die Woche und machen dann keinen Sport und denken dann, die nehmen total ab und so. Das ist utopisch. Ja, sehr gut. Promising Young Woman hätte man noch in die Top-Liste packen können. Fand ich jetzt auch nicht schlimm, dass er bei uns nicht drin war. Aber hätte man vielleicht als Honorable Mention oder so. Ja. Da würde ich dann noch vielleicht so als Appendix da dran helfen. Ja, war nett, wäre für mich vielleicht eher so Überraschung gewesen, weil ich das bei der Thematik nicht erwartet hätte, dass er dann doch so clever ist. Genau, so ein Rache-Film, der sehr überraschend inszeniert ist und dann eine ganz überraschende Wende auch hat und super inszeniert ist. Ja, genau. Peter, hast du denn Vorsätze fürs Neue, außer mehr Sport, mehr Filme gucken und mehr Quatsch reden? Also wie immer, das übliche. Ja, nee. Also die drei Sachen, die erfülle ich ja in der Regel. Also das ist halt für mich leicht, dem nachzukommen, das zu erfüllen. Echt? Mehr Sport hast du auch geschafft im 2021? Das Sport habe ich tatsächlich mal überhört. Okay, dann ist vielleicht besser zuhören. Da habe ich mir gedacht, dass du das überhört hast. Nee, Sport ist eigentlich immer, versuche ich immer, aber... Immer zu vermeiden, ja. Nein, das Thema mal anzugehen, aber egal. Ich habe einen guten Vorsatz für unsere Filmfressenfamilie, das können die mal machen. Und zwar, wer einen Twitch-Account hat, vielleicht mal unseren Freund und Soundmeister, das ist nämlich derjenige, der den Sound für unsere Filmfressen-YouTube-Videos immer so schön herrichtet, dem einfach mal auf Twitch folgen. Der heißt da von unterstrich Wurstdington, können wir auch unter dem Video mal verlinken. Der braucht noch ein paar Follower und dann kann er vielleicht irgendwann kein Affiliate-Partner werden von Twitch. Da wird er sich total freuen. Das wird auch cool. Alle mal darüber raiden und den einfach mal unterstützen. Ist ein sehr netter Typ, der da so Gaming streamt. Der spielt da irgendwie Dings of Tarkov, weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und so solche Sachen. Okay, das heißt, dein Vorsatz ist es, noch mehr Kollegen zu unterstützen und pushen. Zu featuren, ja. Soweit, wie es in unserer Macht steht. Wir haben auch ein paar neue Sachen im neuen Jahr, also 2022. Wir erklären jetzt mal ganz kurz, was auf dem Filmkanal neu sein wird, beziehungsweise es wird etwas strukturierter. Viel Glück dabei. Wir versuchen es, weil wir einfach gemerkt haben, dass es einfach in so viel Arbeit ausartet, dass wir da nicht hinterherkommen. Ich war schon wieder kurz vor Burnout und meine ich nicht als Gag. Ich weiß, wie das ist. Ich hatte das schon mal und das ist nicht so schön. Deswegen, es bleibt dabei. Freitags kommt der Podcast für Normalsterbliche raus. Donnerstags bekommen den die Patrons schon. Ein Patron-Abo lohnt sich noch mehr, weil wir den Fokus mehr auf die Patron-Aktivitäten legen werden. Das bedeutet, da kommen mehr Videos und die Videos, die haben den Vorteil, dass wir uns da mehr austoben können. Da wir die nicht monetarisieren müssen, da wir die Werbung weglassen können, können wir da mehr mit Musik arbeiten, also mit Gamer-Musik arbeiten zum Beispiel oder mit Filmschnipseln und so weiter. Da können wir uns halt richtig austoben. Der Vorteil ist natürlich auch, keine Zensur, die wir da, was Inhalte angeht. Genau, weil sonst zensieren wir uns ja immer total krass. Ja, aber ich meine auch das Material, was man da eventuell reinschneiden könnte. Richtig. Und wir haben früher auch häufiger mal vor die Videos oder in den Videos so kleine Filmchen, so Mini-Kurzfilme reingeschnitten, die passen zu dem Thema oder passen zum jeweiligen Filmbar. Und das möchten wir auch wieder mehr machen, weil da immer ganz schöne Sachen bei rausgekommen sind und das wird dann auch mehr bei Patron stattfinden. Deswegen sind die besser. Das heißt nicht, dass auf unserem YouTube-Kanal sonst nur der Schrott landet. Das ist natürlich nicht so. Aber es wird halt noch mehr Mehrwert geben auf dem Patreon-Kanal. Ja, das Quiz, das macht so viel Spaß und wir haben da so viel Bock drauf, dass es das regelmäßig gibt. Aber wir arbeiten dran, dass da auch mal andere Leute, dass nicht nur der Peter gegen den Manu spielt, sondern auch mal der Peter gegen jemand anderen oder vielleicht auch mal ich gegen jemand anderen. True Crime machen wir wieder regelmäßiger mit der Laura. Wenn es klappt, einmal im Monat. Wenn nicht, dann kommt es halt vielleicht mal einen Monat nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Tierliebe-Rankings bleiben natürlich da und es wird Mittwochs, sag mal so, ich möchte das Mittwochs-Video nicht komplett rauskicken oder wir möchten das nicht. Aber das wird nicht mehr so regelmäßig stattfinden, weil es zu viel Arbeit ist. Dafür gibt es dann halt mehr auf Patreon zum Beispiel. Genau. Aber dafür findet man dann halt Mittwochs dann eventuell halt auch mal einen Serienkiller oder vielleicht auch mal was wieder Abseitiges aus dem Genre-Bereich. Vielleicht wollen wir mal wieder irgendeinen Film kurz vorstellen. So sieht es aus. Wir werden auf jeden Fall natürlich auch für die Nicht-Patreons ordentlich Inhalte liefern. Wir sind ja auch quasi schon dabei gerade. Genau. Auch wenn die Patreons das hier wieder früher sehen, hören können und nächste Woche dann auch wieder einen Patreon-Pick von uns besprochen wird. Ist natürlich auch wieder ein kleiner Mehrwert. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir dann halt auch ein paar noch höherwertige Videos für unsere lieben Unterstützerinnen machen können. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt freue ich mich, dass wir noch ein paar aktuelle Kinofilme besprechen. Und es geht los mit Spider-Man No Way Home. Oh my God. Von Regisseur John Watts. Der dritte Teil der neuen Marvel-Spider-Man-Trilogie. Pidda. Dürfen wir sagen, worum es geht? Achso, das können wir ja machen. Kommen die aktuellen Filme, weil die haben, alle anderen haben die schon besprochen. Jeder hat den gesehen. Full-on Spoiler, oder? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ja, komm. Ich finde das nämlich auch bei den Zweien, die wir jetzt gleich besprechen werden, finde ich sehr schwer, spoilerfrei irgendwie vernünftig darüber zu reden. Ja, aber was heißt denn auch Groß-Spoiler? Ein bisschen was über die Handlung. Ja, meine Güte, wer da drin vorkommt und wer nicht. Ja, wir wissen sowieso alle, dass Andrew Garfield und Tobey Maguire da drin vorkommen. Das war von vornherein klar. Genau. Für mich war die größte Überraschung, dass Charlie Cox als Daredevil zu sehen ist. Ganz kurz. Ja, das war auch schon der Erste, der hier quasi auftaucht. Ja, und da war es ja sogar noch nicht mal richtig das Multiverse, weil es ja sein Versus ist, aus dem der kommt. Aber war für mich auch sehr überraschend, aber auch sehr cool. Leider hat das Ganze dann aber auch nicht wirklich weitergeführt, weil der ist halt für eine Minute da und das war es dann auch schon wieder. Da wird seine Rolle halt auch wieder komplett rausgestrichen. Ja, das gleiche Problem gab es auch bei der Hawkeye-Serie. Da sollte auch mehr Daredevil drin sein. Okay. Der Kingpin, der kommt zum Beispiel davor. Das heißt, somit wird auch das Serienuniversum wird mit eingeschlossen. Das wird dann wahrscheinlich auch mit dem Blip alles so ein bisschen erklärt. Das ist während des Blips, wenn da ganz viele Avengers weg sind, dass der Kingpin da New York an sich reißt. Aber die Sache ist, Covid hat dem Ganzen da einige Schnippchen geschlagen. Und das war auch der Grund, warum Charlie Cox dann nicht den Daredevil machen konnte in der Hawkeye-Serie, wegen Reiseverbot und bla bla bla. Und das hat bestimmt auch sich irgendwie auf Spider-Man No Way Home ausgewirkt. Aber wir haben ja noch gar nichts zur Handlung gesagt. Also gespoilert haben wir noch gar nicht. Nö. Mysterio, der hat Peter Parker beziehungsweise Spider-Mans Identität gelüftet und gesagt, Spider-Man ist Peter Parker. Daraufhin möchte er quasi das rückgängig gemacht haben, weil er um das Leben seiner Tante und seiner Freundin halt fürchtet. Möchte er, dass das rückgängig gemacht werden, sucht den Doctor Strange auf, der mit einem Zauberspruch das Ganze rückgängig machen soll. Und dabei öffnet er quasi die Tore in andere Dimensionen, in andere Universen, die dann so ein bisschen verschmelzen. Und dann haben wir halt quasi ein Crossover zwischen den drei bekannten Spider-Man-Universen, die wir jetzt hier schon hatten. Ja, und dann gilt es dann halt quasi die Spider-Man-Power hier zu vereinen, um gegen einige alte Spider-Man-Gegner zu kämpfen. So ist es. Der Zauber geht schief. Es ist ja erstmal kein Zeitzauber. Das muss man auch sagen. Er dreht die Zeit nicht zurück, weil er hat den Timestone ja nicht mehr. Deswegen geht das ja gar nicht. Aber Doctor Strange kommt auf die mega geile Idee, zu sagen, okay, pass auf, ich kann einen Vergessenheitszauber machen. Ich kann die ganze Welt vergessen lassen, dass du Spider-Man bist. Anstatt noch cleverer zu sein und zu sagen, ich kann machen, dass Mysterio das einfach nicht gemacht hat. Oder dass alle vergessen, was Mysterio gesagt hat. So, schade. Ja, wäre zu einfach, ne? Ja, die gäbe es im Film anscheinend nicht. Richtig. Schade, wäre aber clever gewesen. Hätte einfach gesagt, okay, ich mache rückgängig, dass Mysterio das vor der Welt gesagt hat. Dann wüssten es nämlich seine Tante immer noch und seine Freundin, was ja sein großes Problem war. Ja, richtig. Er wollte ja, dass sie das nicht vergessen. Na gut, aber ist auch nicht so schlimm. Es gibt so ein paar Sachen, da denkt man, hm, also erstens, Mysterio hat das alles ja nur behauptet. Also, natürlich stimmt das, aber der hätte ja immer noch sagen können, warte, wieso soll ich denn Spider-Man, nur weil der ja so komische Typ das sagt. Der Typ, der euch alle verarscht hat mit den Kameras. Wenn der sagt, ich bin Spider-Man, dann glaubt ihr dem alle, oder was? Kann der was sagen, Fake News. Ja, klar, ist aber auch schwer, glaube ich, sich dem da zu wehren. Ne, ich verstehe die Themen, ich verstehe, wie die das da aufziehen wollen. Ist kein Problem. Dann bekommt er ja auch Ärger mit der Polizei. Und dann werden die alle verhört, weil er ja dann quasi angeblich den Mysterio getötet hat und so weiter und so fort. Und wer boxt ihn raus? Matt Murdock, aka Daredevil. Und das aber auch so offscreen. Sagt einfach nur so, ich bin verdammt guter. Ja. Ich bin verdammt guter Anwalt. Deswegen kann ich euch rausholen. Zack, Problem gelöst. Das geht dann schon sehr, sehr schnell. Bisschen faul, ne? Ja, genau. Also es klingt jetzt so, als wenn ich den Film gar nicht gut finde. Das stimmt überhaupt nicht. Der gefällt mir ziemlich gut. Und zwar aus dem Grund, weil es endlich mal für Peter Parker um etwas geht. Es ist so, normalerweise in den meisten Comics, in den Peter Parker, Spider-Man, ist es ja so, dass er darunter leidet, irgendwie Schule, Freundin, Tante May und Spider-Man unter einen Hut zu bekommen. Er ist immer hin und her gerissen. Ich weiß nicht, in den ersten beiden Spider-Man-Filmen, die ich auch alle ganz spaßig und unterhaltsam finde, da ist es halt so, dass es gibt nie Konsequenzen für sein Handeln quasi. Und jetzt gibt es wirklich mal Konsequenzen. Jetzt geht es mal wirklich um was. Und dann direkt um Multiversum. Und dann direkt so, dass die ganze Welt quasi bedroht ist. Das ist dann irgendwie ganz cool. Ja, das finde ich ist eine der großen Stärken des Films. Das große Bild ist ja jetzt nicht unbedingt, dass die Welt bedroht ist. Maximal durch den Zauberspruch von Strange, weil der ja quasi so. Ja, natürlich, weil die Tore zum Multiversum sind offen. Und der sagt doch, da kommen ganz viele aus den anderen Universumen hier hin, weil Spider-Man, die hier hinzieht, da werden super viele Villains hingekommen. Das ist doch, das bedroht dieses Universum. Final würde es das bedrohen können, wenn es dazu gekommen wäre. Ja, das ist doch die Bedrohung. Darum geht es doch. Ja klar, aber es ist auf jeden Fall keine Bedrohung, die er selber initiiert hat, geschaffen hat. Da würde ich halt auch sagen, da haben sie ein bisschen sloppy den Strange geschrieben. Dass er sich überhaupt dazu überreden lässt, diesen blöden Schwur da zu sprechen. Und damit dann halt quasi die Menschheit zu gefährden. Das finde ich nicht so fahrlässig, sondern das finde ich einem Doctor Strange halt irgendwie auch nicht würdig, der Figur. Ja, das ist merkwürdig. Es gibt es in den Comics halt leider auch. Was ist leider? Okay. Es gibt auch Comics, die so eine ähnliche Geschichte haben. Was das jetzt nicht legitimieren soll. Es ist ja schon unglaubwürdig für den Charakter, das stimmt. Aber die Sache ist halt, Spider-Man hat das ja, also Peter Parker hat durch seinen, dadurch, dass er da immer reingelabert hat, hat er das ja schon verursacht. Ja, ja, natürlich. Dass der Zauberspruch nicht funktioniert hat. Und der Zauberspruch hätte ja funktioniert, dann wäre ja alles okay gewesen. Aber dadurch, dass er den da verhunzt hat, dadurch ist das ja so, dass die anderen Universen da reinkrachen. Und natürlich, der Elektro ist dann zum Beispiel in dem Universum viel stärker. Da merkt er so, er kann viel besser mit der Elektrizität umgehen. Wegen der stärkeren Vernetzung, oder? Das sagt er doch, die Energie hier ist anders. Okay. Und der fühlt sich total wohl, der will ja gar nicht mehr ins andere Universum, weil der das total geil findet da. Ich muss auch sagen, ich fand den, im Großen und Ganzen, fand ich ihn cool. Hat Spaß gemacht, du hast ja quasi schon erwähnt, es geht um etwas. Das Wichtige ist halt auch, dass diese Entwicklung sich schön über diese verschiedenen Universen erstreckt. Also beziehungsweise die Beziehung halt unter den Spider-Mans, also so die Story-Arcs, die hier dann unterschiedlich bei den anderen Spider-Mans halt eventuell fortgeführt werden. Wir haben jetzt als kleines Beispiel, Andrew Garfield verliert ja seine Gwen. Hier, wie heißt sie? Emma Stone. Genau. Und quasi kann er hier diesen Verlust wiedergutmachen, indem er seine Freundin rettet. Und zwar quasi genau auf die Weise, wie er seine Freundin damals verloren hat. Genau. Und sowas haben wir halt hier in allen drei Figuren in gewisser Form, dass die eine Figur einen Abschluss findet, die andere Figur ein anderes Ende. Und unser aktueller Peter Parker dann halt wirklich eine große Lektion, sag ich mal, die erlernt. Aber das Schicksal ist ja schon auch das eines anderen Peter Parkers. Ja, aber das finde ich die nächste große Stärke ist, dass die anderen Sony-Spider-Men, dass die eben nicht nur für so Cameos reingeholt wurden. Ja, genau. Von wegen so, hallo, ich bin Andrew Garfield, hallo, ich bin Tobey Maguire, ha, lustig, dass wir da sind. Sondern, dass die wirklich was für die Handlungen, die haben was zu tun. Ja. Und das ist halt wichtig und ohne die funktioniert das halt auch nicht. Für mich ist das die zweite große Stärke, dass die wirklich da eingewebt wurden in dieses Netz. Ja. Stehen Sie? Nee. Und die dritte große Stärke ist, dass Spider-Man am Ende wirklich eine Entwicklung durchmacht. Ja. Peter Parker wird tatsächlich erwachsen. Und er muss mit der Konsequenz seines Handelns leben. Und das bedeutet, dass er seinen besten Freund und seine Freundin, die seine große Liebe, zunächst mal verliert. Das ist schon krass. Und da habe ich gedacht, wow. Weil das war in den anderen Filmen halt überhaupt nicht so. Da wurde er eigentlich immer, hat er immer quasi Netz und doppelten Boden unter ihm gehabt. Und das hat er halt hier nicht gehabt. Und da so, ja, fand ich super. Und diese zweieinhalb Stunden, die gingen für mich wie im Flug vorbei. Ich saß wie ein kleiner Junge im Kino. Ich habe da Spaß dran. Das war wie ein überlanger Samstag-Morgen-Cartoon. Bunte Bilder, die da über die Leinwand geflimmert sind. Aber auch mit emotionaler Gravitas. Weil ja auch dann Aunt May stirbt zum Beispiel, anstatt Onkel Ben. Was der erste große Verlust ist. Genau. Ja, fand ich cool. Das ist großes Comic-Kino. Ja, habe ich Spaß dran. Da fühle ich mich an gute Zeiten erinnert mit Comics. Und das hat man wirklich adäquat und sehr unterhaltsam und emotional auf die Leinwand gebracht. Finde ich super. Ja, also, ich würde dem auch nicht groß widersprechen. Ich hatte halt nur ein, zwei Schwierigkeiten. Vor allem mit innerer Logik. Also, ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, dass Peter Parker hier von Tom Holland, also unserem derzeitigen Spider-Man, dass es ihm anfangs sehr leicht fiel, bestimmte Gegner hier einzufangen. Und hinten raus gab es dann halt enorme Schwierigkeiten gegen den einen oder anderen, die wir aus den anderen Filmen schon kennen, zu kämpfen und zu gewinnen. Aber, das mal dahingestellt, hat das, finde ich, emotional gut funktioniert. Da hat man vielleicht schon eine Träne im Knopfloch. Die Thematik ist cool umgesetzt. Fand ich jetzt, ich habe jetzt noch nicht jeden Marvel-Film dieses Jahr gesehen. Also, von der neuen Phase gesehen, aber das ist tatsächlich so mit Abstand der Beste und der Erste, der halt auch wirklich, wirklich überzeugen konnte. Ja, das sehe ich auch so. Wie gesagt, ein paar Sachen sind nicht ganz plausibel, aber tut dem Spaß am Ende. Kein Abbruch ist aber auch kein Film, den ich jetzt in irgendeine Jahresrückblick-Liste von uns reinpacken würde. Nee, würde ich auch nicht tun. Von daher kommen wir dann vielleicht mal zu einem Film, den ich tatsächlich in eine Liste packen würde. Du weißt auch schon, in welcher Liste. Die Rede ist von Matrix Resurrections. Ja, und ich hätte eigentlich den Film eher Rebooted genannt. Dann habe ich mir von Red Letter Media, habe ich kurz in das Review reingeguckt und den Gag hat Jay Baumann auch schon gebracht. Dann willst du ihn natürlich nicht bringen. Ja, aber ich hatte die Idee auch. Also, ich finde, dann habe ich auch Anspruch auf den Gag. Was heißt Gag? Aber es wäre auch total sinnvoll, weil ein Reboot, also man rebootet ja auch einen Computer. Das ist richtig. Würde halt voll passen. Weil es auch irgendwie ein Reboot ist. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie auch der vierte Teil. Auf jeden Fall ist The Matrix Resurrections von Lana Wachowski, oder wie die Amerikaner sagen, Wachowski, auf jeden Fall gibt es jetzt halt den vierten Teil, auf den wir alle schon so lange gewartet haben. Nicht. Auf gar keinen Fall. 20 Jahre, nee, 22 Jahre später, meine Frise. Was, der dritte ist doch von 2003 oder so? Achso, ja gut, ich bin jetzt vom ersten ausgegangen. Ja gut, von dann halt 18 Jahre. Ja, der erste war eine Art Revolution im Kino. Er hat natürlich auch sich einige Sachen zusammengeklaut, aber eben in der Form hat man die zusammen noch nicht gesehen auf der Leinwand in so einem hochbudgetierten Film. Also für mich war der erste halt fertig. Danach war eigentlich gegessen und dann kamen Teil zwei und drei, die einfach nur gesagt haben, naja, es war doch nicht alles so wie im ersten Teil. Wir dekonstruieren das jetzt einfach mal, damit wir da irgendwie weiter irgendwelche philosophischen Sachen erzählen können. Und Geld verdienen können. Natürlich, auch das. Und jetzt Matrix Resurrections. Sollen wir was zur Handlung sagen? Ja, aber das haben wir eben ja schon gesagt, dass wir hier Spoiler unfrei sind. Den kann man ja gar nicht ohne großartige Spoiler quasi, da kann man nicht mal die Handlung zusammenfassen, oder? Ja, nee, besonders, weil das Entscheidende passierte wirklich am Anfang. Ja, okay, wir sagen ganz einfach, ganz kurz. Neo ist Thomas Anderson, der ist Programmierer und hat ein Spiel programmiert, das The Matrix heißt, was quasi der erste Film ist oder auch Teil zwei und drei. Genau. Und der wird jetzt von Leuten kontaktiert, die in der richtigen Welt sind, in der realen Welt, weil er geht halt immer zu einem Psychiater, der gespielt wird von Neil Patrick Harris, weil er glaubt, er hat das wirklich alles erlebt. Und der Psychologe hilft ihm da immer raus und so weiter und guckt halt, dass er das irgendwie kontrolliert bekommt, dass er da nicht den Hang zur Realität verliert. Aber diese Realität ist halt nur unsere Realität. Es ist nämlich die Matrix. Es ist gar nicht die wirkliche Welt, wie sich rausstellt. Und dann kommen halt andere Leute. Er hat da irgendwas programmiert, wo die dann da infiltrieren können. Modul nennen die das in dem Film. Und dann können Bugs, heißt die, also Anspielung auf Bugs Bunny wegen Follow the White Rabbit und so was, können die dann da intervenieren. Und dann gibt es auch einen neuen Morpheus und so weiter und so fort. Das ist ja Candyman, ne? Ja, richtig. Und Neo und Co. müssen dann auf jeden Fall Trinity finden und davon überzeugen, dass sie aus der Matrix raus will in die reale Welt. Weil nur dann können sie gegen die neuen Smiths und gegen die Roboter kämpfen, gegen die Maschinenwelt. Wieso? Können sie die nur besiegen. Weil es ist gar nicht so, dass Neo, was ja immer das Anagramm für One war, ist ja gar nicht für One, weil irgendwie geht es um beide. Ah, Two also. Ja, anscheinend. Trinity und Neo. Und das dauert dann ungefähr drei Stunden oder so. Ne, zweieinhalb. Ja, genau. Das ist der Film. Peter, wie hast du den denn so wahrgenommen, diesen Film? Ich habe viel geschlafen. Super, da kannst du ja gar nicht so viel dazu sagen. Doch, ich kann eine ganze Menge dazu sagen. Also, was heißt eine ganze Menge? Ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Der Film hat mich echt aufgeregt. Was hat dich denn aufgeregt? Du findest den richtig schlimm, ne? Teils. Also, mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen oder mir haben tatsächlich so ein, zwei Sachen gefehlt. Grundsätzlich so der Einstieg, den fand ich ganz interessant. Der Gedanke, der dahinter steckt, ne? Also, dass das hier quasi so verkauft wird, dass das eine Computerproduktion ist, also ein Computerspiel. Da hat es ja auch quasi in so ein paar Szenen hier in den Gesprächen von den, ich weiß nicht, ob das alles Programmierer waren, aber so ein bisschen ihre... Entwickler, ja. Genau, Probleme mit Warner Brothers und so verarbeitet. Genau. Das fand ich aber irgendwie ein bisschen aufgezwungen, weil das auch immer wieder so viele Referenzen dann gab, auch was so das gesprochene Wort anging, weil immer wieder von Fortsetzung gesprochen wird, von Reboot und wird quasi alles so erklärt. Also, es wird immer so auch die Fernperspektive gezeigt. Ja, der ist nicht subtil, ne? Aber das muss er auch nicht sein, waren die anderen Filme ja auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Ist das alles andere als subtil? Die Sache ist ja so, Warner Brothers hat gesagt, so, wir wollen Matrix 4 machen. Und dann haben die gesagt, hier, Lana Wachowski, hast du Bock? Sie hatte, glaube ich, nicht so wirklich Bock, aber die haben schon direkt gesagt, übrigens, wenn du es nicht machst, wir machen ja trotzdem, dann macht das halt irgendjemand. Dann hat die sich gedacht, wahrscheinlich so, ja gut, dann mache ich das, aber dann mache ich das halt so. Und es ist ein Matrix-Film, der nicht aussieht wie ein Matrix-Film, weil sie viel mit echtem Licht gearbeitet hat. Ja, was mich auch ein bisschen stört. Der Look ist komplett anders und sie geht ganz anders an den Film ran. Und es ist ein, wie soll man sagen, es ist ein sehr zynischer Metafilm. Und bei zynisch und Meta bin ich erstmal dabei. Ja. Das finde ich erstmal gut. Ich finde nämlich auch diesen Ansatz cool, so dieses am Anfang und auch, dass sie da so ganz offensiv, ich glaube, Warner Brothers zitieren die auch, also die nennen die ja auch mal. Genau. Dass sie da so ganz offensiv mit umgeht, finde ich auch sehr krass und sehr mutig, dass das auch so einfach durchgeht. Ja. Dann wird es so typisch Matrix, dann ist man da nicht in Zion, aber in so einem anderen Ding, was im Prinzip auch Zion ist. Zion 2, ich habe es schon wieder vergessen, es heißt da anders. Ion, glaube ich, einfach. Genau, Ion, like a lion, Zion. Genau. Wie schon Bob Marley wusste. Ja, und am Ende wird das dann irgendwie wieder zusammengeführt. Das ist so das Ding. Also dir war das zu aufgesetzt? Ja, und ich fand das dann auch nicht konsequent in die Handlung, die ich auch nicht so ganz verstanden habe und die ich auch nicht so ganz sehe. Integriert, also haben wir quasi so das erste Drittel, dass sich ja mehr oder weniger komplett dieser Thematik um diesem Austeilen konzentriert und dann halt hinten raus nochmal. Was die ganzen Ansprachen von dem Analytiker hier, Neil Patrick Harris angeht, immer wieder rüberkommt. Aber mich hat tatsächlich auch der Look so ein bisschen gestört. Also ich verstehe, warum dieser Look gewählt wurde, weil sie, glaube ich, Kontrast schaffen wollte zwischen der realen Welt und der Matrix. Doch ein bisschen untergeht, aber er hat mir nicht gefallen. Also weil er nicht diesen overstyleten Style vom zweiten oder dritten hat, den ich ganz nett fand, weil da wirklich alles over the top war, Kostüme etc. Und halt auch nicht so geil, kalt und entsättigt, diese Cyberpunk-Romantik, die der erste Teil halt so zelebriert hat. Dann hat sie ja genau dich angesprochen, weil die Sache ist ja, sie hat ja den Look auch anders gewählt, um von der ursprünglichen Trilogie sich abzuspalten, um zu sagen, das hier ist was anderes. Auch wenn die sehr nah dran ist, es ist doch irgendwie was anderes. Und sie spricht ja genau die Leute an oder macht sich auch über die Leute lustig, die sagen, ey, das ist nicht mehr so wie früher. Da sind ja diese ganzen Developer, die da sitzen in dem Büro und dann, ja, wir brauchen Bullet Time, aber wir brauchen dies und wir brauchen die Knarren und so weiter. Und das ist genau das, was du erwartest hast. Und sie macht sich ja genau, das macht sich lustig, aber sie spricht genau die Leute an, die sagen auch am Ende so, ja, ihr wollt halt immer das Gleiche. Aber sie liefert es doch. Ja, das ist das Komische. In der Mitte des Films liefert sie genau das. Ja. Und das ist ihnen nicht so gut. Das ist ihnen richtig schlecht, weil das ist nämlich auch so eines meiner großen Probleme mit diesem Film. Wie gesagt, ich habe massig Probleme mit diesem Film. Das CGI ist beschissen. Also alles, was hier Ion angeht, was Raumschiffe und so angeht, was Computer angeht, was die KI da angeht und so, das sieht doch alles okay aus. Auch wenn wir halt Neo und Trinity in ihren Kapseln da sehen und so, das sieht alles ganz cool aus. Aber wenn es dann mal so Richtung Action geht, Neo kann ja fliegen, das sah katastrophal aus. Wenn wir dann irgendwelche riesige Fights haben, wenn wir diese Bullet Time haben, das sieht einfach scheiße aus. Es tut mir leid. Da hat es sogar ... Meinst du, das sieht dann aus wie in einem Videospiel? Ich finde, dass das beabsichtigt so gewählt wurde? Würde ich ihr unterstellen. Aber ich sage auch nicht, dass das gut aussieht. Ja, okay. Also ich sage nicht, dass ich das mag. Ja, ja, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das beabsichtigt ist. Okay. Ich mochte diesen Mittelteil da auch nicht. Ich fand den Anfang ganz cool. Das Ende war dann schon so ein bisschen Fremdscham. Ja. Vor allem, ich meine, Wake Up von Rage Against the Machine. Der Song ist halt so gut, dass selbst eine schlechte Version den nicht kaputt machen kann. Doch. Nee, nee, nee. Der Song ist halt ... Wie gesagt, das ist kein geiles Cover. Das ist beschissen. Ja, aber der Song ist halt trotzdem so gut, dass er das zumindest auch noch einigermaßen aushält. Ich sage nicht, dass der gut ist. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Der Song an sich ist so stark. Ja. Aber das ist halt auch kacke, dass man das benutzt. Total. Dieses Cover, das ist ... Es passt halt auch irgendwie nicht. Die Pirouette, die sie dann in der Luft machen, ne? Oh, nee, sorry. Ja, ich finde, er kapselt sich dann auch zu wenig dann doch vom Ersten ab. Genau. Und es ist dann doch wieder Wiederholung. Mhm. Und die Action ist halt nicht so ein Game Changer und nicht so ... Die definiert das Genre nicht neu, so wie es damals Matrix 1 gemacht hat. Die ist noch nicht mal okay, die Action. Das ist ja genau das, was sie aber auch dann natürlich ... Na, das will sie auch. Also, klar. Aber wenn ein Künstler vor den Kopf stoßen will, ja, ich sehe die Absicht dahinter. Ich verstehe schon, was sie meint, aber ich sitze dann nicht im Kinosessel und sage dann, yeah, geil. Ich ... Insgesamt, ich fand es nicht so schlimm, weil ich schon auch irgendwie involviert war. Also, ich war schon dabei, auch wenn mir nicht von allem so die Dringlichkeit sich erschlossen hat, warum jetzt was gemacht werden muss. Ich habe das denen einfach mal geglaubt. Also, ist kein Meisterwerk. Der würde bei mir jetzt aber auch nicht in einer Flop-Liste landen. Ich fand den okay, aber ich war auch noch nie der riesen Matrix-Fan. Nein, Matrix 1 fand ich schon ziemlich cool. Und danach hat mich das Franchise sowieso komplett verloren. Und deswegen bin ich da mit ganz geringen Erwartungen rangegangen und habe gedacht, ach ja, komm, ey, also so diese zynischen, bissigen Kommentare. Weil das cool ist, Matrix Resurrection, was er nicht macht, ist so dieser absolute Nostalgie-Ritt, den halt Ghostbusters macht. Ghostbusters Afterlife. Oder Legacy oder wie auch immer die den hier nennen jetzt. Der löst sich halt gar nicht vom Ersten. Der ist halt, das ist nur Nostalgie. Ich fand es nicht schlimm im Kino und im Kino fand ich das auch cool und ich war irgendwie dabei und ich fand auch mit den Kindern das eine ganz süße Geschichte. Aber die Story ist halt nun mal der erste Teil, jetzt bei Ghostbusters, bei dem neuen. Und je länger der Film her ist, desto egaler ist er mir irgendwie auch. Da kann man schon, die Lana Wachowski, kann man schon, finde ich, loben, dass sie das komplett anders macht. Weil da gibt es andere Filme, so wie Halloween zum Beispiel, der macht das ja auch. Diese neue, in Anführungsstrichen, Trilogie, die hängt sich ja auch immer wieder am ersten Teil auf. Und zeigt immer, guck mal hier, da ist das Fenster kaputt gegangen im ersten Teil und jetzt steht ja wieder da irgendein Shit halt. Und wir machen wieder ein Flashback und so. Das hat mich bei Resurrections auch gestört, dass sie immer so diese Einblendungen des ersten Teils haben. Nicht nur des ersten Teils, auch des zweiten und ich meine sogar des dritten Teils. Ja, ja, genau. Das hätte man nicht machen müssen. Weiß jetzt nicht, wie sehr das Studioentscheidung war. Ich bin mir nicht sicher. Aber es sind auch einige Szenen, die nicht aus dem ersten, zweiten oder dritten kommen, die ähnlich sind. Ja, 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 schon. Und vor allem, wenn du das Finale dir anguckst, das ist so viel vom dritten Teil, nur in Scheiße. Fandst du nicht diese menschlichen Bomben? Das war geil. Nee, das war eine coole Idee. Es sah auch super aus. Genau, da habe ich mich auch gefreut, so endlich mal irgendwas, was mich hier so ein bisschen vom Hocker haut. Da hat der auch die ganze Zeit mit seinen dämlichen Bullet-Time-Fähigkeiten genervt, weil der ständig mit seinen Händen da alles abgewährt hat. Das sah nicht nur schlecht aus, das war, sondern auch so einfach gelöst. Das ist Jesus halt, ne? Ja, danke. Das ist Luke Skywalker. Aber kann dann nicht mehr fliegen, ne? Ja, ja, hat er kurzzeitig verlernt. Ja, aber ich meine, er löst sich dann im Endeffekt doch nicht wirklich von den ersten drei Filmen. Es war aber eine lustige Szene, als er meinte so, ah, not gonna happen. Ja. Oder kurzzeitig versucht zu fliegen und dann klappt das nicht. Ich fand es schon irgendwie witzig. Es war dann halt schon sehr meta. Ja, genau, die Action ist auch die Klopperei-Action und so. Ich sage, also jeder 80er, 90er Jahre Hongkong-Film ist da so tausendmal besser. Richtig. Das fand ich auch schade. Ja, da war viel schade in dem Film. Also gerade so der Mittelteil, der war auch echt ein bisschen ... Ansonsten fand ich da schon ein paar schöne bissige Kommentare drin und eben nicht dieser komplette Nostalgie-Ritt. Hm, ne. Es geht natürlich auch, es ist halt sehr autobiografisch. Nicht nur das mit Warner Brothers, es ist natürlich auch so dieses Sex-Change ist ja auch irgendwie drin und so, ne? Da ist schon sehr, sehr viel Persönliches drin verarbeitet. Das kann ich da sehen, das finde ich auch in Ordnung, aber das macht er jetzt für mich auch keinen geilen Film. Ich finde auf jeden Fall nicht so schlimm wie du. Okay. Ja, bei mir wäre er tatsächlich auf der Worst-List gelandet. Obwohl ich jetzt auch nicht große Erwartungen hatte, weil der zweite und dritte, die haben mich damals auch jetzt cineastisch nicht begeistert. Da habe ich mir einfach immer gerne wieder die epischen Szenen angeschaut, ne? Und ganz ehrlich, ich gucke mir lieber den Kampf, so sinnlos der ist und so scheiße der eigentlich aussieht, mit tausend Smith-Agenten an, als mir diesen Film nochmal anzuschauen. Die Szene fand ich damals schon nicht gut und wir halten fest, du bist und bleibst einfach transfeindlich. Ja. Natürlich kannste das von mir aus auch so blöd zusammenfassen. Wer The Matrix Resurrections nicht mag, ist auf jeden Fall transfeindlich. Genau, und wer nicht erkennt, dass Neil Patrick Harris einen coolen Bösewicht spielen kann, der ist auch homophob, ne? Ja, stimmt. Ja. Sehr gut. Aber er war echt cool. Ja, das wollte ich damit ausgedrückt haben. Ja, das kann man, hatte ich auch noch, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Stimmt, der macht das auch richtig gut, der ist richtig schön fies. Ja, genau, aber ist er, glaube ich, auch für geboren. Ja, den könnte man öfter mal in solchen Rollen sehen, ne? Ja, ja, weil der Kontrast so zwischen seinem Aussehen, weil er ja schon eigentlich sehr harmlos und nicht gerade einschüchtern aussieht, finde ich, passt das halt wunderbar. Ja, weil bei Starship Troopers schon ziemlich cool auch. Ja, oder bei How I Met Your Mother. Ja, weil auch der Bösewicht, der Böse Barney. Genau. Mit der Böse Barney, mit dem Bro-Code. Richtig. Okay, dann lassen wir mal über einen anderen Schauspieler sprechen, der normalerweise immer vollkommen durchdreht. Okay. Und einen Film, den ich vielleicht dann doch noch auf die Überraschungsliste gepackt hätte. Ich möchte gar nicht so viel darüber sprechen, weil die Zeit auch schon wieder uns im Nacken sitzt. Der Film heißt Prisoners of the Ghost Land, ist aus dem Jahr 2021 und Regie hat geführt Sion Sono. Bitte? Ja, das ist ein sehr bekannter japanischer Regisseur, auch Schauspieler, Produzent etc. pp. Und der hat unter anderem Tag gemacht. Suicide Circle kennt man vielleicht noch. Ich habe kaum Filme von dem gesehen. Anti-Porno, das ist glaube ich auch noch bekannt von ihm. Aber der ist für so einen ganz prägnanten visuellen Stil bekannt. Und ich habe mir diesen Film geholt, denn es ist quasi ein amerikanischer Film von ihm und mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Oh. Ja, und er spielt hier ein bisschen mit einem Meme Nicolas Cage, was aber nicht ganz so schlimm ist. Weil es passt. Ich erzähle ein bisschen was zur Handlung, aber die ist auch gar nicht meines Erachtens so wichtig, weil der Film ganz andere Stärken hat. Also so, Nicolas Cage hat mit einem Kumpel zusammen, haben die eine Bank überfallen und dabei sind einige Leute zu Tode gekommen. Unter anderem auch ein kleiner Junge oder ein junges Kind. Und dafür ist er ins Gefängnis gekommen. Aber er wird jetzt nochmal rausgekramt von dem Typ, dem die Stadt hier Samurai Town gehört quasi. Weil der seine Enkelin vermisst. Die ist irgendwie abgehauen in so eine Region, die nennt sich Ghostland. Und das ist so eine Art Zwischenwelt, in der Zeit irgendwie nicht vergeht oder so. Also ganz merkwürdig. Man kommt irgendwie dahin, aber man kommt eigentlich nicht mehr raus. Ja, wie das so beim Gefängnis normal ist. Ja, also Ghostland ist nicht unbedingt ein Gefängnis. Das ist halt so eine Region. Das ist so ein Zwischenuniversum. Da kann man ja jetzt auch sehr viel reininterpretieren. Man kann, dass das Limbo ist oder so. Das ist ja die Sache. In den Filmen kann man generell noch viel reininterpretieren. Dann ist das so, der möchte da seine Enkelin in Anführungsstrichen wiederhaben und lässt dann den Gefangenen Nicolas Cage antreten. Und er bekommt dann so einen schwarzen Lederanzug. Und da sind so kleine Bömmchen drin. Da sind so zwei am Hals und dann sind zwei an den Armen. Und im Schritt zwei Stück. Das ist nämlich so, der Anzug, der monitort ihn. Wenn er zum Beispiel gewalttätig gegenüber der Enkelin, die übrigens gespielt wird von Sophia Butella, die auch hier die Mumie gespielt hat zum Beispiel. Wenn er ihr gegenüber zu laut wird oder wenn er irgendwie wegläuft oder so, dann explodieren halt die am Hals und so. Wenn er ihr gegenüber gewalttätig wird, sie schlägt oder zu sehr am Arm packt, dann explodieren die an den Armen. Und wenn er irgendwie anderweitig übergriffig wird, dann explodieren die im Schritt. Hätte da nicht eine Bombe gereicht? Ja, kleiner Spoiler. Es explodiert einmal so ein Ding am Arm und ein Ei. Oh. Also es sind zwei an den Eiern. Jedes Ei hat ein einzelne. Boah, das ist ja mies. Ja, das ist super mies. Aber es ist auch mega abgefahren. Boah, krass. Und er begibt sich dann in dieses Ghostland und versucht sie dann irgendwie, weil die Leute, die da sind, die sind dann quasi wie verschollen, die kommen dann da auch nicht mehr zurück und so. Und versucht sie daraus irgendwie zu befreien. Und der Film ist irgendwie, also visuell ist der halt unglaublich geil. Okay. Ich glaube den, ja ich habe mir bei mir auf dem Fernseher natürlich in HD geguckt, aber ich glaube in 4K auf einem riesigen fetten Fernseher oder auf dem Beamer wäre der nochmal richtig geil gekommen. Dann wäre dir auch ein Ei geplatzt. Auf jeden Fall. Der ist unglaublich stark, sieht der aus, was der für tolle, knackige Farben hat. Dann so ganz abgefahrene Einfälle. Also die Leute, die da sind, die haben dann teilweise so Stücke von Puppengesichtern auf sich drauf irgendwie. Teilweise erinnern die Bilder dann schon an Hodorowski, würde ich sagen. Okay. Und das sieht einfach alles super cool aus und dann gibt es auch ordentliche Kämpfe, aber auch Romgeballer. Viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich hätte den vielleicht noch auf die Überraschungsliste des Jahres gepackt. Ich hatte den bis dato nicht gesehen, habe den jetzt zwischen den Tagen geguckt. Ist echt ein wilder Film, den ich einfach mal empfehlen möchte. Wie gesagt, inhaltlich ist das alles schnell erzählt und auch nichts Weltbewegendes. Aber genau, es ist der erste englischsprachige Film von Sion Sono und ist einfach wirklich wildgewaltig. Und wenn man hier auf so Samurai-Kämpfe steht, das ist natürlich auch ein geiles Ding. Gleichzeitig hat er halt so einen Western-Look. Ah, okay. Ja, ist echt ein cooler Film für Leute, die so auf visuelles Kino stehen. Nehme ich mit. Da kommen solche noch eine Empfehlung um die Ohren hauen. Hast du etwa noch eine? Habe ich noch eine. Habe ich dir an Weihnachten erzählt. Hast du aber schon wieder vergessen, hast du gesagt. Ja, macht sein. An Evening with Beverly Lovelin for one magical night only. Ja, sagt mir nichts. Das ist ein Film aus dem Jahr 2018. Aha. Regisseur ist Jim Hosking. Das ist derjenige, der auch The Greasy Strangler verbrochen hat. Dann kann der Film ja nichts sein. Ja, also The Greasy Strangler fand ich, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie du ihn fandest. Aber auch nicht gut. Also von der Tagesform her fand ich den damals nicht so dolle. Aber dieser Film hier, An Evening with Beverly Lovelin for one magical night only. Ich erinnere mich auch wieder. Ist unglaublich abgefahren. Das ist eine amerikanisch-britische Kooperation. Und ich habe in den letzten paar Jahren oder also selten bei einem Film so viel gelacht. Okay. Wir besprechen ja nicht so häufig Komödien hier, aber den möchte ich wirklich mal ans Herz legen. Der ist wirklich witzig. Man muss allerdings aber auf sehr abgefahrenen Humor stehen. Das ist jetzt nicht so viel Pipi Kaka und so weiter wie jetzt so bei Paul Feig oder Paul Feig oder bei Greasy Strangler. Es ist einfach alles weird. Ich versuche ganz kurz die Handlung zusammenzufassen. Das ist irgendwie so, dass Emil Hirsch, der spielt den Shane Danger, der spielt hier auch so geil. Das ist wirklich super. Der hat so ein Restaurant oder irgendwas und der überfällt von einem anderen Kollegen irgendwie den Laden, den Kiosk oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er klaut Geld auf jeden Fall. Und dann schickt der andere, das ist so ein Inder, der auch immer nur rumschreit und so ganz merkwürdig mit allen redet. Aber das ist hier auch normal in dem Film. Der geht dann rüber und will sein Geld wieder haben, aber der Emil Hirsch gibt es ihm natürlich nicht. Dann irgendwann schickt er jemanden und zwar den Colin. Und Colin wird gespielt von Jermaine Clément. Den kennen wir natürlich von Flight of the Conquered unter anderem oder von What We Do in the Shadows oder Eagle vs. Shark. Super witziger Typ auch. Was für dich Jermaine? Hast du einen Rappungsnamen? Ja, Hiphop-Hopotamus. Aber du kannst mich Jermaine nennen, wenn du willst. Okay. Der holt dann das Geld zurück und gleichzeitig geht aber die Frau von dem Chain Danger, das ist die Lulu, die geht mit ihm mit. Völlig ungefragt. Sagt dann so, ja, nee, ich komme jetzt mit. Entführt sich quasi selbst. Die wird gespielt übrigens von Aubrey Plaza. Und sie spielt die typische Aubrey Plaza Figur, so das Weird Girl. Und dann auf der Flucht kommen sie in ein Hotel und da ist angekündigt, dass Beverly Loughlin an einem magischen Abend spielt. Es geht nämlich um An Evening with Beverly Loughlin for one magical night only. Das wird in dem Film auch sehr häufig gesagt. Und Beverly Loughlin wird gespielt von Craig Robinson, den kennt man aus der amerikanischen Version von The Office zum Beispiel. Ist das nicht ein Mann? Ja, richtig. Aber Beverly ist doch eigentlich ein weiblicher Name, oder? Ja, da gibt es in dem Film auch eine sehr schöne Szene, wo die auch sich genau darüber unterhalten. Ah, okay. Das ist ungefähr auch dann der Humor, ne? It's a woman's name. No, it's a man's name. That is a woman's name. Ja, und der Film lebt davon, dass sie alle komplett drüber spielen, ne? Die Handlung ist eigentlich auch totaler Quatsch. Und es geht eigentlich nur darum, dass diese Lulu dann eigentlich mit diesem Beverly Loughlin wieder zusammen sein will. Und in diesem Hotel irgendwie versucht, an ihn ranzukommen. Und gegen Ende hat der dann nochmal, wird der nochmal so zu einer romantischen, nicht Komödie, aber wird er zu so einer romantischen Drama. Aber bis dahin ist der halt so abgefuckt, merkwürdig. Der ist halt schräg, ne? Das ist halt nicht, es ist jetzt so kein subtiler Humor. Die Sache ist, dass alle drüber spielen. Das heißt, sie sind sehr laut, sie schreien viel. Aber es ist halt nicht albern komisch, sondern so eher schräg komisch. Da sind halt Gesten und die Betonung von diversen Sachen und was sie so von sich geben, das macht so den Witz des Films aus. Das ist schwierig zu beschreiben, aber wer auf so wirklich ganz weirden Humor steht, der sollte sich den mal zu Gemüte führen. Ich fand es wirklich großartig. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Ich fand das so schön, weil das, also für mich ist das sehr frisch. Für mich ist das wirklich mal was ganz Neues. Ich kenne wenig Komödien, die in so eine Richtung gehen. Wenig Vergleichbares. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist ein absoluter Top-Film mit ganz fantastischen Schauspielern, die alle super drauf sind. Und vor allem Matt Barry spielt auch mit, den man natürlich aus die IT-Crowd zum Beispiel kennt oder aus Garth Marenghi's Dark Place und aus ganz vielen britischen Comedy-Serien. Du wolltest doch gerade sagen. Dark Place. Ja, der einzige Männchen-Name, der mir tatsächlich einfällt, ist, also der einzige Mann, der den Namen trägt, ist Beverly Hills Copp, oder? Der welchen Namen trägt? Beverly. Ja, gut, hat nicht funktioniert. Ach so. Ah, okay, wow. Der kam so spät jetzt, so drei Minuten später. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ah, nee, der war gut. Das ist eigentlich, der hättest du direkt bringen müssen, das ist eigentlich ein ziemlich guter Gag. Soll ich auch nochmal mit irgendeiner Waffe um die Ecke kommen? Mit einer Waffe? Ja, ich habe nämlich jetzt einen Film nachgeholt, der vor zwei Jahren auf dem Fantasy Film Fest lief. Ach, ich habe gedacht, du versteckst dich hinter den Mauern des Grauens. Ja, nee, den wollte ich ganz kurz danach noch erwähnen. Ich komme mit der Harpune, weil ich positiv weitermachen wollte. Ja, super Film, habe ich schon gesehen, auf dem Fantasy Film Fest. Genau, 2019 ist schon ein paar Tage her, ich habe mir endlich das Media Book geholt. Hast ja jetzt nicht unbedingt davon geschwärmt, aber doch durchaus positiven Eindruck ihr beschildert. Doch, der ist super. Ja, ich muss sagen, ich war auch sehr erstaunt, weil der relativ, also der fängt ja schon mal sehr cool an, weil wir hier zwei Freunde haben, von denen der eine den anderen verprügelt. Wir wissen gar nicht erstmal wieso. Dann stellt sich heraus, er glaubt, dass er sein bester Freund was mit seiner Freundin hat. Das wird dann aber schnell geklärt und zur Entschuldigung lädt er seinen besten Freund und seine Freundin halt auf seine Jacht ein, um sich halt zu entschuldigen. Sehr interessant ist, dass man hier nie sich sicher fühlen kann. Also wir als Zuschauer uns nicht und vor allem halt auch die Figuren nicht, weil sich Stück für Stück immer mehr Lügen und Intrigen hier, sag ich mal, entblättern und offenbaren, wodurch sich auch immer wieder Machtverhältnisse hier ändern. Also wir haben am Anfang ja schon relativ schnell so ein bisschen Misstrauen gestreut und das kommt dann eventuell wieder. Dann gibt es dann auf jeden Fall auch Argumente für eine Rivalität, die eventuell auch die ganze Zeit schon bestanden hat. Und vor allem wird hier schön mit der Vergangenheit gespielt. Und es wird dann halt auf jeden Fall auch ein fantastisches Kammerspiel auf dieser Jacht, die jetzt nicht viel Platz bietet, aber das braucht ein Kammerspiel nun mal nicht. Sie bietet nicht viel Platz, aber Raum für Entwicklung und für Action auch. Genau. Es ist anfänglich ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber es wird dann auch immer wieder kausal begründet. Also es wird dann immer wieder verständlich, warum die eine oder andere Figur so gehandelt hat. Am Schluss haben wir natürlich dann nochmal eine ganz krasse Auflösung, mit der man vielleicht rechnen konnte. Aber ich muss gestehen, habe ich jetzt nicht so unbedingt mit gerechnet. Nee, die Wendungen sind nicht so offensichtlich. Genau. Es ist ja auch so, das sind ja alles Arschlöcher. Total. Wir können keinen leiden. Und da hatte ich am Anfang schon so meine Problemchen mit, weil ich auch denke so, ey, das ist ja alles Pisser. Und ihr geht mir hier alle gerade ziemlich auf den Sack. Mit wem soll ich denn hier mitfühlen? Aber der Film schafft es dann trotzdem, eine Spannung zu erzeugen. Genau. Weil er dann doch, obwohl das alles sehr begrenzt ist und eigentlich nichts jetzt übertrieben will, das passiert. Jetzt die Überraschungen sind schon überraschend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, ne, so wie bei Scooby-Doo, da zieht da einer die Maske runter oder so. Die Überraschungen, die zünden aber. Ja. Die funktionieren einfach. Und ich finde, der hat ein konsequentes und gutes Ende. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der Weg dahin ist halt auch sehr unterhaltsam. Ja, der Weg dahin ist das Stärkste. Er hat natürlich am Schluss auch nochmal ganz ironische Auflösung, die ich auch gefeiert hab. Ja. Weil dann quasi auch wirklich mit den Figuren dann im Großen und Ganzen genau das passiert, was wir ihnen wünschen, beziehungsweise was sie dann vielleicht auch verdient haben. Ja, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich allen den Tod gewünscht habe, ne, aber sie haben auf jeden Fall dafür bezahlt, für ihr Verhalten, für ihr mieses Verhalten. Ne, es geht ja hier auch groß ums Thema Freundschaft und hier wird ja auch immer wieder schöne Geschichte erzählt, zu der Parallelen gesetzt werden. Ich glaube, die ist fiktiv, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Allegorie und sehr interessant, wie das dann halt dort dann halt auch Parallelen findet. Und ich finde, der ist auch gar nicht so zurückgefahren, was die Gewalt angeht. Ne, die schmerzt, weil das halt real ist. Das wirkt ja alles, das ist ja alles nachvollziehbar. Das ist ja kein Fantasy oder keine Superhemen. Das sind halt Menschen, wie man sie auch kennt. Das ist nachvollziehbar. Und dann tut die Gewalt ja doppelt weh. Ja, genau. Es war vor allem halt auch nicht nur physischer Natur, sondern auch psychischer Natur. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich war da echt, ja, fast schon begeistert, weil der echt einen geilen Spannungsbogen hatte. Das ist ein super kleiner Film. Genau, der auch nicht mehr vorgibt zu sein, als er im Endeffekt ist. Ganz genau. Dann habe ich mir noch einen, da ich ja durch einen Patreon-Pick letztes Jahr ein bisschen auf den Geschmack von den Classic-Chiller-Collection-Filmen gekommen bin. Also das war ja damals hier Den Klauen der Tiefe oder Rebellion in der Tiefe oder The Mole People. Mauli, mauli, mauli. Okay, woher kam das jetzt? Das ist ein Zitat aus Awesome Powers, Goldmember. Recht? Ja. Zu lange her. Mauli, 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 mauli. Da habe ich mir unter anderem Hinter den Mauern des Grauens im Original The Strange Door geholt. Ein Film mit Boris Karloff, leider nicht Bela Lugoschi, aber Charles Lofton oder Lawton spielt auf jeden Fall mit. Den kenne ich auch. Den kennst du, der hat auf jeden Fall auch dem ein oder anderen Hitchcock mitgespielt. Das ist so ein ganz fieser, etwas korpulenterer, bisschen, manchmal... Hat der nicht den Dings gemacht? Nein, du meinst den Werewolf? Nee, ich habe gedacht, der hätte Night of the Hunter. Ja, genau, der hat Regie davon geführt. Genau, meine ich doch. Ja, deswegen kam der Name mir so bekannt vor. Genau, er hat nicht mitgespielt, aber hat da Regie geführt. Ja, das ist der einzige Film, den er gemacht hat. Genau. Ja. Aber er hat halt ein paar geile Rollen gespielt und andere für Hitchcock und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch so der Mehrwert dieses Films. Ja, das ist quasi so ein Rache-Film aus den 50ern, natürlich schwarz-weiß, ja, der so ein bisschen mit Gothic-Horror spielt, der aber hauptsächlich durch so ein bisschen zynische Darstellungen der Figuren halt Kapital schlägt. Boris Karloff hat halt, wie gesagt, hier noch eine kleine Nebenrolle, der sich dann auch eventuell als mal durchaus positiv herauskristallisiert, weil er ja sonst eher so den tragischen Helden gespielt hat. Obwohl das er ja quasi auch tut. Ja, so richtig viel Positives kann ich nicht sagen. Da gibt es in dem Genre auf jeden Fall coolere Vertreter, aber es ist immer wieder eine Freude, dem Lofton zuzuschauen. Ein großer Mehrwert tatsächlich an der Veröffentlichung ist, die ist relativ teuer. Das ist bei der Classic Chiller Collection ja auch häufig der Fall. Die sind ja auch sehr schnell vergriffen. Genau, ist ja dann quasi auch immer ein Blindkauf. Die haben halt immer wieder zwischendurch ein paar coole Sachen. Da ist ja auch der Hexenhammer zum Beispiel erschienen. Aber man muss halt sagen, die Extras haben es teilweise auch echt in sich. Hier ist nämlich noch ein cooles Hörspiel drauf. Das Blutgericht der Insekten. Und da ist unter anderem halt auch ein gewisser David Nathan als Sprecher mit drauf. Der Justus? Nein, das ist Oliver Rohrbeck. Ach verdammt, wer ist denn David Nathan nochmal? Johnny Depp ist das. Ach verdammt, Christian Bale, Johnny Depp, ganz toller Sprecher. Das habe ich noch nicht komplett durch, aber ist auf jeden Fall cool gesprochen und klang sehr interessant. Ja, aber kurzweilige Unterhaltung in beiden Fällen, weil auch der Film selber jetzt nicht so viel länger geht. Das Hörspiel geht 72 Minuten und der Film selber nur 81, also neun Minuten mehr. Bietet also auch hier eher kurzweilige Unterhaltung. Diese Woche gibt es aus Gründen kein Patreon-Pick, aber dafür nächste Woche machen wir dann vielleicht mal zwei. Oder vielleicht machen wir irgendwann nochmal so ne Patreon-Folge, in der wir dann nur Patreon-Picks besprechen. Und zum Abschluss noch ein Film, der auch im Fernsehen lief, hätte ich bei mir gesagt. Ja, so gesehen schon. Er lief im Kino, beziehungsweise er läuft noch im Kino, aber in Köln nicht mehr. Er ist aber am 24. Dezember auf Netflix gestartet. Es geht darum, dass das Ende der Welt bevorsteht. Don't Look Up von Regisseur Adam McKay, der unter anderem auch The Big Short gemacht hat, oder Vice, aber auch Step Brothers und Anchorman. Und er hat jetzt hier eine Komödie, eine Satire geschaffen, in der es darum geht, dass Wissenschaftler bemerken, dass ein Komet auf die Erde zurast. Und dann geht es darum, wie geht die Regierung damit um? Wie gehen, wie geht die Bevölkerung damit um? Wie gehen die Medien damit um? Und wie geht die Wissenschaft damit um? Glauben wir daran? Glauben wir nicht daran? Und da sind natürlich ganz offensichtliche Parallelen zu aktuellen Situationen, aber auch zu Situationen, die es sonst immer gab. In den Hauptrollen Leonardo DiCaprio. Wir haben Jennifer Lawrence. Meryl Streep spielt die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Deswegen Science Fiction, weil schwarzer Präsident ist okay, aber Frau, so weiß ich, das werden wir auch niemals sein. Also die USA werden das zumindest niemals sein. Ja. Und dann der Jonah Hill spielt ihren Sohn. Bis in die Nebenrollen ist der hier großartig besetzt, also mit großartigen Schauspielern. Ron Perlmann möchte ich erwähnen. Ron Perlmann, genau. Himmels Patel. Wer ist das denn? Das ist der Bruder von Dev Patel. Der hat doch hier den Beatles-Geschichte gespielt, oder? Yesterday, genau. Habe ich nicht gesehen. Yesterday habe ich nicht gesehen. Ach so, hier, Timothée Chalamet spielt auch eine kleine Rolle. Chris Evans hat so ein Cameo, das ist mega witzig. Ja. Aber ganz großartig finde ich Cate Blanchett als Moderatorin von so einer Gossip-Show. Also die ist auch so total krass hergerichtet. Die hat so eine neue Kauleiste bekommen. Verunstaltet, würde ich fast schon sagen. Ja, ja, total. Aber sie sieht halt wirklich genau so aus, wie eben diese Moderatorinnen aussehen. So total kaputt geschminkt und irgendwie als hätte die auch schon, weiß ich wie viele Liftungen, wie heißt die Mehrzahl? Liftings. Liftings, genau. Hinter sich und sonstige Operationen. Ich finde das echt sehr gut gemacht vom Make-up und so. Ja. Ariana Grande spielt eine Popmusikerin. Die spielt Grande. Ja, die spielt eine Popmusikerin, die keine Ahnung hat, was passiert. Also sie spielt sich selbst quasi, könnte man sagen. Das ist ein Film, den hätte ich sogar noch in die Top-Liste gepackt. Für mich ist das einer der besten Filme. Die beste Komödie, die beste Satire 2021. Okay. Und was meinst du dazu? Nein, ich hätte den in keine Liste gepackt. Was ich eigentlich schlecht finde, aber ich finde den halt auch nicht großartig. Ich finde den tatsächlich großartig besetzt. Leo macht einen super Job. Jennifer ist auch zu gebrauchen. Meryl Streep liebe ich in fast jeder Rolle. Die macht eine wunderbare Präsidentin. Ihr Sohn Jonah Hill nervt hier ein bisschen, wie ich finde. Genau, das soll er ja auch. Das ist ja seine Rolle. Ich weiß, aber der hätte auch sonst genervt. Selbst wenn es nicht beabsichtigt gewesen wäre. Magst du den nicht? Nee, überhaupt nicht. Fandst du den auch nicht in Wolf of Wall Street oder so cool? Nee, ich finde den nirgendwo cool. Was hast du denn gegen Jonah Hill? Bist du Antisemit oder was? Er ist ja Jude. Das ist eine ernste Frage. Ich weiß das nicht. Ja, natürlich. Ja, aber siehst du, so egal ist mir Religion. Keine Ahnung, was der ist. Ist mir auch scheißegal, woran er glaubt. Auch wenn es hier natürlich ja wirklich um Glauben geht. Eigentlich ja nicht. Es geht um Wissen. Das ist die große Stärke des Films, dass sie die ganzen Skeptiker, die ganzen Leugner halt in die Pfanne kloppt. Es geht ja viel um Trump, aber es geht halt auch viel um falschen Glauben. Ich meine, es ist halt im Zuge von Covid-19 irgendwo dann auch noch geschehen. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie da noch so ein bisschen von mitgenommen haben. Weil ursprünglich ist ja, glaube ich, die Parabel des Meteoritens, der auf die Erde knallt und alles Leben auslöschen soll. Das größte Problem, dem sich die Menschheit halt immer noch heutzutage konfrontiert sieht. Es ist vor allem Stoff für einen Film von Roland Emmerich oder von Michael Bay. Ja, theoretisch, aber das ist ja hier nicht, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, das ist das Schöne. Oh ja, ich mag ja auch Katastrophenfilme, so ist es nicht. Aber das ist ja hier nicht die Stoßrichtung. Also die Stoßrichtung ist natürlich schon in den Planeten rein. Nee, das finde ich ja das Schöne, dass er das beleuchtet, was machen die Menschen daraus? Oder was macht die Menschheit angesichts einer solch fatalen Katastrophe, die das Leben, die das komplette Leben des Planeten bedroht. Und dass es halt schön, wie da die Politik eingebunden ist, das ist halt sehr clever. Es ist überhaupt nicht subtil, das will der Film auch gar nicht sein. Der ist genauso plakativ wie die Leute, die halt anprangert. Nämlich die ganzen Politiker wie Trump zum Beispiel, den kann man eigentlich auch nicht Politiker nennen. Nee, eigentlich nicht. Auch wenn der zufälligerweise mal vier Jahre Präsident der USA war. Vielleicht irgendwann wieder sein wird. Schauen wir mal. Aber halt so, wie gehen News-Sendungen damit um? Wie gehen Leute in Social Media damit um? Das finde ich das Geile, weil im Mittelpunkt stehen ja die beiden Wissenschaftler, der eine gespielt von Leonardo DiCaprio und die andere von Jennifer Lawrence. Und die werden ja unterschiedlich wahrgenommen, weil sie sich unterschiedlich präsentieren. Richtig. Und das ist ja auch eine Sache, die wir hier in Deutschland ja auch angesichts von Karl Lauterbach oder Drosten zum Beispiel, Christian Drosten, auch gesehen haben, von welchen Seiten die wie wahrgenommen werden und wie die dann entweder verbal auf die Fresse bekommen oder wie die ausgeschlachtet werden oder ob die jetzt ständig in den Talkshows sitzen oder nicht. Und was für einen Einfluss die haben. Und wie wichtig es dann auch ist, so dieses, sie brauchen Medientraining. Die müssen mit den Leuten reden können, weil die sehen ja beide das Problem. Beide sehen ja, dass die Menschheit vernichtet wird. Aber weil der Leonardo DiCaprio-Character das nicht so panisch ausdrückt, wird er dann lieber eingeladen. Außerdem steht natürlich dann noch die Moderatorin irgendwie auf ihn. Er taucht dann so in diese Medienwelt ab und verliert sich da auch so ein bisschen. Verliert da vollkommen so den Boden zu seiner eigentlichen Realität. Und der Jennifer Lawrence-Character wird dann eher so, ist dann in so einer ganz anderen Richtung und schließt sich quasi dem Untergrund auch noch an. Dem Timothy. Ja, Demuté Chalamet, der sich hier selbst spielt, quasi so einen Gamer-Nerd spielt. Mega. Finde ich super. Finde ich wirklich sehr gelungen, weil ich finde, dass die Comedic Beats, die sitzen, ich habe da auch viel gelacht. Jetzt nicht so viel wie bei An Evening with Beverly Laughlin. Aber das liegt auch daran, dass das Thema sehr ernst ist und das eigentlich teilweise viel zu traurig und tragisch ist, um drüber zu lachen. Das ist nämlich mein Problem. Ich konnte teilweise nicht lachen, weil ich echt Schwierigkeiten habe, obwohl ich das ja sehe, soziale Medien, Fernsehen, was auch immer, dass es so viele Menschen gibt, die da so einen engstirnigen Horizont haben und sich so sehr verschließen, dass sie einfach sowas ausschalten und nicht glauben wollen und im Internet dann irgendwas anderes finden, was viel besser passt und ihnen vor allem besser ins Weltbild passt. Aber ich habe irgendwie verlernt, darüber zu lachen. Ich finde das mittlerweile echt nur noch traurig und deshalb habe ich streckenweise das nicht für lustig befunden. Ich finde gerade das beneidenswert, dass er den Spagat angesichts eines so ernsten Themas hinbekommt, gleichzeitig lustig und unterhaltsam zu sein, aber obwohl die Thematik halt so tragisch und eigentlich deprimierend ist. Ja. Ich finde aber Adam McKay, das ist vielleicht sogar sein bester Film. Der ist halt noch eingängiger und noch nachvollziehbarer als The Big Short zum Beispiel. Und ich finde halt die Art, wie er das darstellt, also die treibenden Kräfte hinter Social Media, Politik, Wirtschaft und so weiter, weil wir haben ja noch hier den Jeff Bezos, Steve Jobs und Elon Musk verschnitt. So alles in einer Person, hauptsächlich Elon Musk, aber auch so die anderen beiden irgendwie auch drin. Deswegen finde ich das schon nahezu ein Meisterwerk. Das macht den Film halt irgendwie wichtig und wie gesagt, man kann das halt auf die normale Herangehensweise, entweder macht man halt einen Actionfilm draus oder halt so ein deprimierendes Drama, aber dadurch, dass er das halt auf so eine leichtfüßige Art, satirische Art und Weise erzählt, das finde ich schon irgendwie, finde ich auch mutig und das ist halt, das ist gar nicht so einfach, sowas cool rüberzubringen. Und ich finde, das ist dem hier komplett gelungen. Ja, aber wieso denn wichtig? Weil er ja auch nicht wirklich viel zu sagen hat, außer sich quasi darüber lustig zu machen, wie sich fast schon beide Seiten falsch verhalten. Man erwischt sich ja auch vielleicht selbst, dass man irgendwie mal den falschen Leuten glaubt, aus gewissen Gründen, weil man in Social Media mal, weiß nicht, den falschen Kanal abonniert hat oder so, dass man sich auch mal in die eigene Nase fasst. Und das ist ja das Schöne am Ende, wie die da zusammensitzen, also der Teil da sich dann auf die Familie besinnen, auf das, was am wichtigsten ist. Und nicht die ganze Polemik, nicht die ganze Panik, sondern dass dann doch irgendwie Liebe und die Menschen, die einem nahestehen, dann doch das Wichtigste sind. Das ist immer eine wichtige Aussage, aber nicht die einzige in dem Film. Okay, da würde ich sogar sagen, das ist eine der wenigen, die ich hier cool finde, weil sie am Anfang da auch quasi so einen Vergleich ziehen mit dem Flugzeug, das abstürzt und dann beneiden die, ich weiß nicht mehr wie rum, Passagiere beneiden den Flugzeugpiloten oder umgekehrt. Auf jeden Fall wird da ja ein Vergleich gezogen, weil man ja unterschiedliche Kenntnisse hat. Also wir haben ja hier Figuren, die am Schluss, ja die einzigen sind mehr oder weniger, also jetzt stellvertretend für die stehen, die halt wissen, was auf sie zukommt, die halt wissen, dass es keinen Weg mehr zurück gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, dem zu entkommen und halt wissen, dass sie sterben und dann diese letzten Sekunden dann halt doch noch nutzen, um sich halt auf das Wesentliche zu besinnen und dann irgendwie noch die letzten Sekunden halbwegs zu genießen und auf der anderen Seite halt die ganzen Leugner, denen jetzt klar wird, dass sie Scheiße gebaut haben. Aber nicht jeder Mensch befasst sich ja wissenschaftlich oder mit solchen Themen oder geht da auch wirklich unemotional ran. Das ist ja genau das, wenn du sagst die Leugner und so weiter, dann gibt es ja diese zwei Bewegungen, die einen, die sagen don't look up und die anderen sagen also look up. Die anderen sagen quasi ne guckt runter. Guckt nur in diese eine Richtung. Natürlich, das ist mir eine Vorschlagkammer ins Gesicht, aber wie gesagt, es gibt ja viele Menschen, die das ja sonst vielleicht auch gar nicht verstehen. Der holt damit sehr, sehr viele Menschen ab, weil man weiß ja nicht, in welchem Spektrum man sich gerade befindet. Man wähnt sich ja immer auf der richtigen Seite. Das dann gerade in so einem Film zu machen, der schon zugänglich für ganz viele ist, das finde ich schon wichtig und ich finde, das, was er möchte, das gelingt ihm auch. Deswegen finde ich das sehr gelungen. Okay, das heißt, du glaubst halt auch, dass der das erreicht, was er hier anprangert? Also beziehungsweise, dass er die erreicht, die er anprangert? Das ist ja kein Lehrfilm in dem Sinne, es ist schon auch noch Unterhaltung, aber es ist auch Information drin. Ich meine nur, dass das, was er als Film erreichen möchte, die Botschaften so locker an Mann und Frau zu bringen, das finde ich, das gelingt ihm auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, die aber auch nicht sich komplett der Tragödie verschließt. Dann wird das Ende nicht spoilern, aber... Ja, haben wir eigentlich schon, ne? Ja? Achso, oder das Ende-Ende, also die Post-Credit mit Die meine ich nicht, aber dass der Komet auf die Erde kracht. Ja gut, aber... Dass wir alle sterben. Ja, aber ist doch klar, oder? Ist das so? Ja, weiß ich nicht. Zwischendurch habe ich auch gedacht, hm, wer weiß, wie der hier das jetzt dreht. Deswegen, okay, lass mal Spoiler sagen. Ja. Also der Komet kracht auf die Erde, aber ich war mir nicht immer sicher während des Films, ob das wirklich doch passiert. Das hätte ja auch sein können, dass dann sich doch die Leute irren und dass dann keiner richtig liegt, aber trotzdem alle gewinnen. Das finde ich auch eine coole Aussage, ne? Alle haben Unrecht, aber alle gewinnen trotzdem. Wäre natürlich schön, aber so ist es meistens im Leben nicht. Und müssen dann alle in den sauren Apfel beißen. Okay, gewinnen im Sinn von, dass sie nicht zerstört werden. Richtig. Das hätte mich echt aufgeregt. Ich fand das Ende so, wie es gewählt wurde, fand ich absolut passend. Ja, es ist ja auch voll... Ich kritisiere das ja nicht, ich sage ja... Ja. Das ist konsequent und auch richtig, um diese Aussage zu treffen. Ja. Ja, ich fand das cool. Also wie die da diverse Seiten, aber auch so die Wirtschaft, ne? Wenn der Elon Musk da hinkommt und dann sagt, ja, pass mal auf, wir können da noch aus diesem Kometen, wir können da noch voll die wichtigen Rohstoffe ziehen. Und dann denke ich mir auch so, ja, das ist halt so realistisch, weil genau auch angesichts der Pandemie, ne? Ich meine, wir hören jetzt auch seit zwei Jahren, aber die Wirtschaft, aber die Wirtschaft, die arme Autolobby, weißt du, ich denke so, ey, die Pestschleudern, die sowieso von jeder Regierung Zucker in den Arsch geblasen bekommen, ja, und da machen sich die Leute dann, weil wir alle noch so in dieser Welt sind, jeder braucht einen Job, jeder muss sich den ganzen Tag krumm machen und so. Ja, schön und gut, aber vielleicht dann auch mal in anderen Sachen so, ne? Nur weil die Autoindustrie Jobs gibt, heißt es so lange nicht, dass das cool ist, ne? Wie gesagt, früher gab es auch Jobs für viele Leute, ne? Nachdem es erstmal lange Zeit keine Jobs gab und das war auch keine gute Sache. Du weißt, was ich meine. Das auch mal zu hinterfragen. Ich finde das, der Film hat das geschafft. Ich fand das sehr gelungen. Ich hatte da wirklich eine gute Zeit mit, auch wenn das natürlich eine sehr, eine ernste Thematik. Ja, okay, ja. Das schafft er gut. Das war bei The Big Short ja auch so. Das ist ja, das hat er auch ein ganz ernstes und sehr trockenes Thema genommen, hat das aber sehr verständlich und auch sehr witzig rübergebracht und hier geht er noch mal zehn Stufen weiter und nimmt eine Sache, die wirklich globale Bevölkerung, nicht nur die Bevölkerung, sondern jedes Lebewesen auf dem Planeten betrifft. Also wie gesagt, der satirische Ansatz, ich finde das bei ihm irgendwie cooler, wenn das nicht ganz so auf Kümel, der gemacht ist. Mir hat zum Beispiel der Weiß, den er davor gedreht hat, mit hier Christian Bale als Dick Cheney doch deutlich besser gefallen. Aber der war ja auch relativ ernst komplett. Ich finde das hier bei der Thematik passt das auch schon. Der satirische Blickwinkel hat jetzt bei mir nicht immer gezündet. Finde ich aber immer schön und wichtig, dass solche Filme gemacht werden. Ich finde den Film nicht wichtig, aber ich finde es wichtig, dass solche Filme gemacht werden, weil es glaube ich einfacher ist, so die Problematik anzusprechen, dass sie, das hast du ja quasi auch vorhin ähnlich formuliert, dass sie halt greifbar ist und vielleicht dann auch wirklich zum Nachdenken bringt, weil das so eine wissenschaftliche Abhandlung wird sowas nie erreichen können. Genau. Ich sage ja auch nicht, also das wollte ich nochmal betonen, das kann sich nicht immer hundertprozentig sicher sein, auf der richtigen Seite zu sitzen. Jeder glaubt ja erst auf der richtigen Seite. Also das, was ich damit sagen will, ist, dass sich nicht nur Leute hinterfragen, die den Film vielleicht gucken, die jetzt, weiß ich nicht, Corona leugnen oder so, sondern auch die anderen. Also wir müssen uns ja auch immer hinterfragen. Oder das, was in diverse Medien halt kommt. Aber auch schon vor Corona und auch noch weit nach Corona. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Warum drehen jetzt alle durch? Weil es auf einmal ans Portemonnaie geht. Ja. Da drehen halt alle durch. Aber so in den 90ern, da war die Welt auch nicht viel, viel geiler. Da war es halt alles ohne Maske und so. Man musste nicht den Test machen und so. Aber geil war das auch alles nicht. Da war auch die Bundesregierung nicht geil. Da war auch die US-Regierung nicht geil. Und da gab es auch Kriege, genau wie in den 80ern und auch wie schon lange davor. Das war auch alles scheiße. Und die Wirtschaft und der Kapitalismus hat auch schon viel kaputt gemacht. Aber da hat es die Leute anscheinend nicht so interessiert. Da haben die Leute viele Medien noch nicht hinterfragt, weil es keine Vollidioten auf YouTube gab, die irgendeine andere, interessantere Geschichte erzählen. Doch, die gab es schon, aber das waren dann die Dorftrottel. Die Idioten am Stammtisch, die man nicht so ernst genommen hat. Und heutzutage haben die halt auch eine größere Reichweite. Ja, was halt auf jeden Fall permanent steigt, ist das Bewusstsein. Und das Bewusstsein von Missständen oder von mir aus auch Umständen fußt natürlich auf Erkenntnissen. Und wenn man bei so einem Thema hier wie Don't Look Up sind halt wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich auf Dauer durchsetzen und die auf Dauer halt zu mehr Erkenntnissen und zu mehr Bewusstsein führt, was, glaube ich, ein schöner Weg ist. Für diese Worte muss ich dir Dank sagen und auch mit dir zum Schluss hier anstoßen, Peter. Oh ja, ich habe auch noch einen. Ich wollte eigentlich aufhören, nicht aufhören, weniger trinken, aber ich glaube so ein... Was war das? Wir haben angestoßen. Achso. Aber ich glaube, so ein Bierchen zum Podcast ist legitim, oder? Ja, ich habe einen Bitburger 0,0 getrunken, nachdem ich vorhin Sport gemacht habe. Das geht. Weil sie so tonig sind. Ja, genau. Muss man immer dazu sagen. Ja, klar. Das ist wichtig. Peter, das war doch schon mal ein schöner Einstieg ins neue Jahr, was gar nicht mehr so neu ist, wenn der Podcast rauskommt. Macht ja nichts. Aber wir sagen trotzdem noch bis in den März hinein, frohes Neues. Du, ich mache da nicht mit. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr, die Leute nicht immer rumzunerven mit frohes Neues. Spätestens ab dem 3. Januar ist eigentlich auch gut. Ja, dann kommt auch hier Ostern, oder? Richtig. So nämlich. So sieht es aus. Peter, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Filmfressen-Familie, an die Cinefield-Psychos. Schaut euch mal auf unserem Kanal um. Da kommen jede Woche schöne, schöne Videos und einmal die Woche auch ein Podcast, in dem wir über coole Filme und nicht so coole Filme sprechen. Patreon-Abo lohnt sich definitiv. Auch Merch kaufen. Wir haben schöne Shirts, wir haben schöne Tassen, wir haben ein schönes Merch einfach und ein paar Euro bekommen wir davon auch. Wir freuen uns, wir sind sehr dankbar. Wir freuen uns auf ein neues, cooles Jahr mit euch, mit ganz vielen neuen Inhalten. Ja, ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es weitergeht, ne? Ja, da werden wir auf jeden Fall auch wieder einiges am Start haben. Unter anderem ja, zwei Patreon-Picks, von denen wir, glaube ich, schon mal einziehen. Ziehen wir jetzt live? Genau, live. Und jetzt bauen wir diese Trommel. Blablablabla. Und es ist Kontakt aus dem Jahre 1997 von Robert Zemeckis mit einer gewissen Dame. Clary Sterling. Richtig, Jodie Foster. Ja, sehr cool. Den haben wir hier. Das ist nämlich einer der Lieblingsfilme meiner Verlobten. Das ist schön. Lieblingsfilm, krass. Okay, dann besprechen wir den. Cool. Peter, vielen Dank. Ich danke dich. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob wir nächste Woche auch noch ein, zwei Kinofilme vielleicht dabei haben. Ich habe überlegt, vielleicht noch zumindest einen diese Woche mir noch anzuschauen. Könnt ja schon mal gespannt sein, was es denn wird. Ich weiß es noch nicht. Egal. Ja, ich hoffe auf jeden Fall einen schönen Podcast gehört zu haben. Freue mich im neuen Jahr endlich wieder angekommen zu sein, endlich wieder Inhalte für euch zu liefern. Wenn ihr den Podcast ein bisschen früher hören wollt, dann holt ihr euch natürlich ein Patreon-Abo. Und ansonsten natürlich auch ein Patreon-Abo holen, wenn ihr einen Mehrwert sucht in noch fantastischeren Videoreviews. Ja, in diesem Sinne hoffe ich einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich bis nächste Woche.